Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge von PROFI, den Peace Meet Robot Fights mit Bram, Peter, Sepp und Jonathan, William, Moritz Apelt. Hi. Wir haben heute Samstag den, oh das hört für ein Datum, den 25. August, genau, danke schön. Und ja, wie soll das anders sein? Heute sind wir wahrscheinlich auf der Gamescom. Jawohl. Denn einmal im Jahr denkt sich die gesamte Gameschaft, lass doch mal bei 35 Grad eine Messe machen. Ja. Und ganz viele Menschen auf einen Haufen in der Halle stehen. Man muss ja sagen, wir nehmen vielleicht ein bisschen im Voraus auf, aber wir haben noch zwei Alternativen, liebe Freunde. Wetter.de sagt, die ganze Woche wird 24 Grad. Wetter.com sagt, Donnerstag wird gefühlt 37 Grad. Also wir müssen ein bisschen auf Wetter.de. Oh, na, sind wir gefickt. Also wir müssen immer noch ein bisschen auf Wetter.de. Wetter.com ist das Bessere. Äh, ne, ich hoffe auf Wetter.de. Ich gucke immer auch die beiden Sachen nach und Wetter.com war für mich immer das, was richtig war. Ja, dann würde uns nächstes, also dann ist die Gamescom-Woche bis jetzt sehr heiß gewesen. Hölle, 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 Hölle. Uns mal. Aber ja. Aber die Messe ist ja klimatisiert. Ja, auf jeden Fall. Komplett. Klappt. Ich, äh, denke du hast recht. Ähm, wir machen unsere Standardregeln. Das bedeutet, äh, bevor da Fragen aufkommen, keine, keine Pistons, vier Motoren und ansonsten könnt ihr euch da auslassen, solange ihr leicht baut. Und, ja, und dafür habt ihr wieder 30 Minuten Zeit, wenn die Uhr stimmt. Mega. Äh, da. So, ich, ich glaube, es sind alle schon da. Jo, jo. Das heißt, wir legen los in 3, 2, 1, jetzt. Ja, Gamescom. Also wie, ich weiß nicht warum, ja, die Woche vor der Gamescom ist, ähm, temperaturtechnisch gesehen doch sehr angenehm, auch wenn es zwischendurch mal regnet, ähm, was für die Außensachen blöd wäre. Ich weiß, da letztes Jahr gab es dieses Motocross fahren, ähm, aber es wäre schon irgendwie geiler, ne, ähm, wenn, wenn es irgendwie eher so 23 Grad hat. Aber irgendwie kriege ich, kriegen wir es jedes Jahr, kriege ich die Messe das hin, dass Ausnahmezustand temperaturtechnisch ist und man eigentlich eine mobile Klimaanlage gebraucht. Hm. Ich glaube, ich bestelle mir so einen, also es gibt so Handventilatoren, aber da darf man nicht die billigen nehmen, die, äh, so komplett offen sind, weil die tut man dann in die Tasche und dann geht dieses, dieses Rotorblatt, das verbiegt sich ja, dass da meistens so ein Gummi-Ding. Ähm, da muss eine Hülle drum sein, ich glaube, das werde ich mir, ähm, geholt haben. So, damit das auch zeitlich stimmt. Wir müssen ja ein bisschen voraus aufnehmen, damit ihr auch Spaß habt, während wir Spaß haben. Ähm, aber vielleicht, äh, guckt ihr gerade das Video auf der Gamescom. Wo könnten wir denn gerade sein? Ähm, poah, in Halle 5.1. Bestimmt. So, äh, ja, Gamescom, also ist natürlich ein sehr breites Feld, ne? Im Endeffekt ist es komplett Gaming eigentlich. Ähm, was erwartet uns eigentlich dieses Jahr auf der Gamescom? Ich weiß nicht mal, wer Partnerland ist. Äh, war es nicht irgendwie Spanien oder so? Was macht Branden denn da? Der macht was Rundes. Macht der das Gamescom-Logo? Fragen wir mal. Hallo? Hallo? Du machst was Rundes. Genau, pass auf. Wird das ein Logo? Ja, das wird tatsächlich das Gamescom-Logo. Ah, siehst du? Also, ja, natürlich mit der Abweichung. Also, in der Mitte ist halt der, das hier wird der Kreis des Gamescom-Logos quasi, ja? Ja, ja. Da habe ich mir fast gedacht. Soweit so unspektakulär, genau. Jetzt müsst ihr natürlich noch den äußeren Kreis haben. Du wirst noch nicht genau, wie ich den baue, mache ich sofort, sobald ich das hier modifiziert habe. Weil das hier wird quasi meine Fahrfläche, auf der ich auch fahren werde. Und, äh, der äußere Kreis wird gleich an dieser Megastange hängen. Dann ungefähr bis hier, sag ich mal, ja? Haha, Megastange. Und wird sich dann die ganze Zeit um mich herum rotieren. Okay. Und ich weiß, dass hat mein Momentum beim Fahren komplett destroyed. Ja, aber weißt du, wenn du unberechtigt bist, dann bist du auch unberechenbar für den Gegner. Und da können Sachen passieren. Falls ihr übrigens vergessen habt, so, ey, Gamescom, da kann ich nicht hin, da will ich nicht hin. Warum sind eigentlich Jay und Seb im gleichen Channel? Warte, bequatschen die da gerade? Oh, warte, ich frag die mal kurz. Hallo? Habe ich euch aus Versehen in den gleichen Channel geschickt? Hallo? Weiß ich nicht. Oh, lol. Achso. Boah, ich habe aber noch keinmal geredet. Ich wusste nicht, dass ich mit überhaupt jemandem im Channel bin. Ich habe mich gerade bewundert, warum wir im gleichen Channel seien. Entschuldigung. Nice. Ja, die waren aus Versehen im gleichen Channel, haben dann aber nicht gemerkt, weil keiner geredet hat. Okay. Ja, falls ihr vergessen habt, Gamescom, ne, ich, boah, keine Ahnung, ich war da noch nicht, will da nicht hin oder habe keine Zeit oder so. Also, ja, hier ein kleiner Reminder, wie denn so das Logo aussieht. Das wäre des, ja. Das ist des. Das ist des und das ist Gamescom. Alter. Das ist Gamescom, ich sag mal, Freitag. Also, man sieht hier gerade einen, der, wo geht's denn da hin? In, da ist Halle 8. Ach ja, doch, dann ist das der Hauptgang. Und zwar, hier hinten ist die Ecke, wo es hier rechts zu dem Nordausgang geht. Und, ähm, da ist schon proppelig voll, muss man sagen. Sieht man hier irgendwelche YouTuber auf dem Bild? Ich hätte jetzt gesagt, da ist Mr. More Game, aber nein. Okay, also, du machst das Logo, was sich irgendwie da um die eigene Achse dreht. Das ist übrigens der Plan. Was das funktioniert, das, äh, ist auch wie die Mahlaste herausfinden. Ja, das sehen wir in 25 Minuten. Und das sehen wir dann. Dann gucken wir mal, was Peterchen macht. Also, ich weiß jetzt nicht, was eine Handgranate mit Gamescom zu tun hat. Ich hoffe mal nichts, Peter. Das ist keine Handgranate. Nein, das dachte ich mir auch. Ähm, ich gucke wahrscheinlich wieder von der falschen Seite das. Ähm, es ist ein Apfel. Wobei Handgranate gar nicht so falsch. Also, das ist schon falsch. Könnte auch, also, nee. Aber die Form ist jetzt nicht so unfassbar anders. Also, ähm, ich, vom Weitem könnte es auch ein Ananas sein, von näher dran. Du hast jetzt da oben den Stiel wieder weggemacht. Da hätte ich gesagt, wäre ein Apfel gewesen, aber. Ja, nee. Es ist, pass auf. Du hast ja vorhin schon gesagt, was für uns Gamescom auch immer aufmacht. Weil Gamescom ist ja auch immer heiß. Und selbst wenn Gamescom nicht heiß wäre, wäre es ja zumindest immer anstrengend. Ja. Und was machen einerseits Leute, die was Anstrengendes machen, aber auch gleichzeitig denen heiß ist? Duschen. Schwimmen. Nee, aber duschen tun die, weil das nämlich vorher passiert. Schwitzen. Ja. Ah, du baust eine Sauna? Was ist das? Das wird ein Schweißtropfen. Oh Gott. Weil ich die Gamescom mit Schweiß verbinde. Also wird das ein Schweißtropfen. Selbstverständlich. Das wäre mein nächster Games gewesen. Wieso kommst du nicht auf Schweißtropfen? Ja, ein Schweißtropfen. Also die Idee ist gut. Nur, also da hätte ich absolut nicht dran gedacht. Ja, okay. Schweiß. Ich verbinde die Gamescom mit Schweiß. Blut, Schweiß und Spucke. So wie früher. Ja, okay. So, jetzt ist das ein Tropfen. Muss ich noch anmalen. Und dann muss der irgendwie auch noch fahren können. Das ist aber zweitrangig. Das sind nur 21 Minuten. Ich glaube, Peter plant wirklich eine Handgranate. Ja, das sind Schweißtropfen. Ah ja, jetzt wird die blau. Okay. Tarnung. Ja, cool. Dann gehe ich mal gucken, ob ich bei Jay raten kann, was der macht. Ja, viel Erfolg dabei. Ach, guck mal. Ein Schweißtropfen. Ja, das ist das, ja. Easy zu erkennen. Guck mal. Endlich wieder läuft, was man easy erkennen kann. Ja, sehr gut. Ein Whirlpool. Genau. Ein Whirlpool. Wieso baust du den jetzt zu? Mach das nicht. Ach doch, das hat schon seine Taktiken. Aha. Tatsächlich. Aber fahren kannst du, äh, nee, die Räder hast du noch nicht. Ich hab doch keine Räder, ich hab erst mal stylisch gebaut. Okay. Ich hab nie vorher gemacht. Immer erst hab ich die Räder gemacht. Uh. Mal andersrum. Ja, ganz neue Methoden hier. Bumst mich jetzt wahrscheinlich komplett. Ja, weiß ich nicht. Also, bisher haben zwei andere Leute auch so angefangen. Ja, okay, aber vielleicht wollen die ja immer so. Das müsste ich eigentlich wissen, kann ich dir aber gerade nicht sagen. Ja, wobei Peter, der macht halt immer, ne? Also, der hat, was heißt immer, aber diverse Male baut er halt Sachen und dann baut er alles. Weiß ich, wenn das Ding mal anmalen soll nicht, du, die. Ja, ist schon, also, ist schon in Ordnung. Weil der Kind da nicht im Viereck sein soll. Äh, jetzt sitze ich da blöderweise oben drin. Da sieht man natürlich nicht mehr quasi wirklich das Gamescom-Zeichen. Ja, ach, da hast du noch 16 Minuten Zeit für. Das ist doch super. Da wird schon was noch. Ich guck mal, was der Sepp macht. Naja, ich denke auch. Mach mal. Bis gleich. Tschüss. Was macht Sepp? Das ist jetzt tatsächlich die Frage. Was ist das? Hm. Wisst ihr es? Es könnte ein Stand sein. Vielleicht macht ihr den Piz mit Matsch? Ne. Was ist das? Doch, das ist die Bühne, wo wir drauf sind. Oder so. Hm. Blau, Gelb. Dann macht ihr noch einen Grünen. Moment, da sind nur vier. Ich blick noch nicht ganz durch. Hi. Hallo. Ich nehme mal einen Wild Guess. Ähm. Das ist eine Bühne, wo wir draufstehen? Ja. Yes. Das ist schon ziemlich gut. Alter, dabei ist das so hässlich. Ja, aber welche Menschen sollten das sonst sein? Ja, das stimmt. Aber es ist leider irgendwie... Ich finde, du hast Peter schon sehr gut getroffen. Wieriger geworden. Der Kopf ist so ein bisschen asymmetrisch vom Hals. Einfach nur ein Würfel. Mit Würfelbein. Ein und ohne zehn. Da finde ich auch. Und da fehlt nur einer. Ja, ich sitze ja drin. Ich bin ja hier. Ach so, okay. Und, äh, also die sind ja quasi so. Ja. Und so. Und die Bühne kann dann... Also das ist noch nicht ganz fällig. Dann muss noch alles passend gemacht werden. Dann geht quasi die Bühne auf. Dann steht ja ganz groß Piez mit. Und dann kommen wir auf die Bühne. Und alle schreien, yeah. Irgendwie sowas. Ake. Warte. B. B kriege ich nicht hin. Mach doch ein D. Wie Dennis. Oh, das ist gut. Peter, Jay, Sepp, Dennis... Warte mal, aber C ist nicht richtig? P, J, D, C. Ja, der C sieht irgendwie falsch aus. Da wollte ich auch schon Hand anlegen. So? Das sieht aus wie ein C. Ja, Opti, Fopti, ey. Also wir haben erst die italienische Flagge. Und dann die schwedische. Ja, stimmt. Oder Ukraine. Kann man sie auch suchen. Das stimmt. Ja, cool. Dann habe ich jetzt alle einmal durch. Dann fange ich nochmal bei Bram an. Weil der hat bestimmt mittlerweile mal was gemacht. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind tatsächlich dieses Jahr auf Bühnen. Beziehungsweise auf Bühnen gewesen. Ja. Wir werden dieses Jahr auf Bühnen gewesen sein. Aber wir sind ja auch noch auf Bühnen. Fuck. Wie sagt man das denn jetzt? Vielleicht stehen wir ja gerade auf einer Bühne. Wie viel haben wir? Egal. Ne? Prinzip ist klar. Und das ist eigentlich immer ganz witzig. Die Nummer ist halt nur, wir wollen so ein bisschen, falls irgendwie Leute sagen, so hey, hier, was ist denn? Auf der Tour sind wir auch auf der Bühne. Auf der Tour, für die Leute, die nicht da gewesen sind, haben wir aber eigentlich versucht, Sachen zu machen, die wir sonst im Internet so nicht machen und vielleicht auch auf der Gamescom nicht machen. Also wir werden jetzt uns nicht da hinsetzen und beispielsweise zwei Stunden unser Tourprogramm machen. Erstens, das dürfte Ärger geben mit demjenigen, von dem wir auf der Bühne sind. Für die Leute, die bei der Tour waren, da waren die ersten Sachen bei, wo ich mir, wo ich denken würde, sagst du besser nicht nochmal. Ähm, und, äh, ähm, ähm, da wollen wir natürlich dann irgendwie doch wieder Kram machen, den man auch so ein bisschen aus dem Internet kennt. Also wahrscheinlich was zocken. Wir haben auf der Tour nix gezockt. Auf der ersten Tour mit Minecraft gespielt, aber das war dann auch. Hallo? Ahem. Da fehlt noch die, die, der, der Komma. Alter, was machst du denn? Welches Komma? Ist das nicht das Gamescom-Logo? Ja. Da fehlt diese Ecke. Oder machst du die gerade? Ne, da bin ich jetzt erst dran. Ah. Guck mal. Hiss, da hab ich mir doch gedacht. Keine Sorge. Das, also das ganze äußere Teil dreht sich jetzt, wie so ein Brummkreisel. Ach du Scheiße. Das dreht sich, wenn du längst, in die entgegengesetzte Richtung. Ne, das dreht sich einfach die ganze Zeit, egal wo ich nicht fahre. Ach so, okay. Das sieht leicht verwirrend. Das sieht aus wie so eine, wie auf so ein, so ein Kirmes-Karossel. Voll nice. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das so mache oder ob ich das lieber so mache. What? Jetzt hab ich nur vom Netzweg unlenkbar, Alter. Wo ist denn der Unterschied? Also, ist das jetzt schneller, oder was? Du siehst halt nicht die Unterschiede. Also, ich kann, ich kann nichts mehr tun. Ich stehe einfach nur und dreh mich im Kreis. Da find ich eigentlich die bessere Alternative. Wie gesagt. Es sind noch siebeneinhalb Minuten übrigens. Ähm. Deswegen. Ich will dir jetzt nicht deine Zeit klauen, nur weil du hier, au, 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 Sachen machst. Hört nicht mehr auf. Kannst du halt nicht abstellen. Also, in der Theorie, schon. Praktisch nicht. Nice. Warum denn nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Achso. Ich könnte so machen. Alter, das ist voll geil, ey. Los, noch eine Runde. Ähm. Aber du kannst jetzt, du kannst, Moment. Moment. Warte mal, doch, das ist verboten. Alter. Weißt du, das Spiel ist, Fliehkraft hat es, hat es ja. Boah. Okay. Also, man wird hier nach außen geschleudert. Ähm. Du machst jetzt aber außen nix mehr dran, wo du irgendwie Kram mitmachen kannst, oder? Also, das hier wird jetzt quasi nur ein Logo vervollständigen. Okay. Genau, das wird jetzt nur ein Logo vervollständigen. Ja, da muss man malen. Normal muss ich sofort noch. Und hier unten, das Ding, hätte ich gerne noch ein bisschen. Alter, da muss man auch größer. Ja, aber, also, wenn du wie so ein Bayblade die ganze Zeit in der Arena bleibst, ist ja alles cool. Ja, Gamescom. Ich hab schon gesagt, wir werden gerade auf einer Bühne sein. Ne. Doch. Wir werden auf einer Bühne gewesen sein werden. Irgendwie so. Boah, Alter, Junge. Das ist halt, das Überschiff, ey. Leck mich am Arsch, hat man noch nie ein Ding gebaut, was so unbeweglich ist. Boah, mehr Motorbauer. Auch nicht der Safcon? Ne, selbst der war gefühlt besser. Ey, pass auf, ich mach jetzt mal den engsten Wendekreis. Okay, am Ende geht das. So, jetzt machen wir am Ende. Ja, wenn du einmal Schwung hast, weißt du, wenn die Masse einmal in Bewegung ist, dann geht das. Das sieht ein bisschen ungesteuert aus, aber ich mag das. Also, du. Magst des? Ja, ich mag des. 10 Points for Bromindor. Ich freu mich auf Gamescom, ne. Man weiß, das ist immer so ein, ähm, so ein Ding. Man weiß jetzt schon, ja, wir befinden, ich befinde mich ja noch vor der Gamescom. Ähm, man weiß, es wird anstrengend. Also, es wird wirklich anstrengend. Ähm, wir haben auch dieses Jahr wieder einen Plan, der tatsächlich, ähm, grob geschätzt von 11 Uhr bis 19 Uhr durchgehend ist. Ähm, aber macht ja auch Spaß, ne. Muss man auch mal sagen, die Füße tun danach richtig weh. Okay, meine Uhr mit dem Schrittzähler, äh, wird sich wahrscheinlich sehr freuen. Ähm, und, äh, ja, abends ist ja auch immer irgendwie mal was los, wo man dann hin kann. Man trifft irgendwie alle Leute wieder, die man so kennt. So, also Branchenparty war halt geil. Die war am Mittwoch. Ja, genau, die ist immer einen Tag vorher. Alter. Der Schweiß erschlägt mich. Komm, stell dich auf, Schweiß! Er rinnt langsam. Das könnte auch ein Zauberhut sein, ja. Oh, der Arm ist... Ist das echt zu schwer? Der Arm ist zu schwach. Kannst du nicht innen irgendwie noch was abbauen? Das sieht so... Also, von außen siehst du ja eben nix. Oh, doch, du siehst ja die eine Stelle da nicht bemalt ist, wenn du die Arme aufmachst. Ei, 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 ei. So, ich geh schon mal rüber. Äh, mach du mal. Ja, ja, ja. Dolce ist schon fertig. Alles klar. Alles klar, da ist der Jonathan schon fertig. Ja, ich versuche gerade den Weg zu finden, indem ich nur auf den Boden gucke, damit ich die anderen Autos noch nicht sehe. Wo bin ich eigentlich gerade? Du bist in der Arena. Lol. Gut, alle sind da. Also, Thema ist Gamescom. Wir sind eigentlich gerade da auf der Gamescom. Komm, äh, lass doch mal... Jonathan, komm, du warst so früh hier, du hast auch schon re-loggt, damit er... Ja, ich musste re-loggen, weil sonst gäbe es Probleme. Mach, mach mal, zeig mal, was du gebaut hast. Obst du die Radio ist eigentlich nicht synchron? Das verstehe ich auch nicht mehr. Irgendwann haben die extra mal irgendwie einen Patch eingefügt, für diese Corona. Hallo. Das ist das Gamescom-Logo, das ist richtig. Komm auf der Gamescom. Ein kleiner Whirlpool, wie Christian ihn nannte. Ja, also, zwischendrin, also, du hast ja am Anfang wie eine Zwiebel so gebaut. Und, also, zumindest drei Schichten. Und, ähm, da hätte man sagen können, ja, in der Mitte kannst du dich reinsetzen. Na, ja. Da ist dein Logo, ja, da hätte ich auch so erkannt. Was hast du so benutzt? Äh, diese Hüpferei, ne? Alles, was ich darf. Ja, aber die Frage ist immer, was man so angeschlossen hat. Also, beispielsweise, ähm... Alles. Keine Ahnung, Motoren benutzten viele Leute, ja, vier Stück. Und dann aus Symmetriegründen einfach nur. Und manche schließen aber nur zwei an. Ähm. Mit allen. Deswegen gucke ich da gerade mal nach. Da hast du noch die Fischubdüsen. Warte, die Musik macht dir voll fertig, wenn man hier steht. Oder? Derio! Die Fischubdüsen habe ich vergessen anzustellen. Ne, das sind zwei verschiedene Songs, die laufen. Achso, stimmt. Loll. Ich hab jetzt mal nicht geändert, dass serverweit die alle gleich sind. Bei mir sind die gleich. Bei mir sind die auch gleich. Ja, da ist richtig bei dir noch. Also, da kann sich halt echt keiner geben, dass es steht. Das ist gar nicht so. Das sind reichte Songs, aber nicht synchron. Ne, bei mir sind das auch die unterschiedlichen Lieder, die laufen. Achso. Ne, das haben wir nicht. Du, 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 du. Und hier. Du, 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 du. Du, du, du. Peter! Genau. Wo war dein Fahrzeug raus? Guck mal, ob ihr es ihr kennt. Lol. Oh mein Gott. Wie, Lol. Mein Auto ist gerade weg, teleportiert von meiner Nase. Was ist das denn, Alter? Ein Schlumpf? Ja, richtig. So eine Zumpfmütze. Also, als es noch nicht angemalt war, habe ich an der Handgranate gedacht. Oh, Peter hat den Sweat gemalt, der auf der Gamescom überall sein wird. Boah, Sepp, Alter, du weise, was solltet, es ist ein Schweißtropfen. Jawoll. War doch eindeutig, ey, dass sich das nicht erkennt hier. Na, guck mal, man hat doch ein bisschen noch sehr schlecht. Auf jeden Fall hat Schweißtropfen gemacht, fand ich auch sehr geil. So, was verbindest du mit Gamescom? Kann ich halt jetzt noch auftransformieren, damit da das Gamescom-Symbol rausfällt, weil die Ecke da oben ja so passen würde. Ja, ist sehr nah beieinander, habe ich gerade auch gedacht, als ich Jays Auto gesehen habe. Moment, das Gamescom-Logo, ist das ein Schweißtropfen? Ja, kommst du eigentlich ja wieder raus. Was? Aus dem Auto. Da muss er nicht raus, der bleibt ja die ganze Zeit in der Arena. Davon muss er ausgehen. Ah ja, natürlich. Peter, komm bei der Gamescom nicht aus dem Schweiß raus, das geht nicht. Okay. Ich wüsste, dass in jedem Schweißtropfen kleiner Peter drin ist, ey. Guck mal, was Dennis gebaut hat. Oh, warte, da muss ich ein bisschen beiseite gehen. Oh, so groß. Oh, okay. Oh, was ist das denn? Auch ein Gamescom-Logo. Es ist auch ein Gamescom-Logo mit etwas alternativer Antriebsart. What the? Oh, das kann sich drehen. Oh, das ist nicht gut. Das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Ich weiß nicht, wie Dennis das am Ende noch modifiziert hat. Zwischendrin war es... Welche Version... Also, ich kann dir die... Also, Version 1 oder 2? Nee, die Superschnelle geht nicht. Ich kann es euch zeigen, ja. Also, es gibt eine Superschnelle, aber die will ich dann wieder umstellen dürfen. Ja, ja, ja. Das zeige ich dir mal ganz kurz. Hier. Also, ich habe am Anfang darüber nachgedacht, ob ich nicht so fahre. Aber... Aber... Ja, das geht ganz so farbbar. Okay. Geht auch gut. Zweite Gamescom-Logo. So, dann fehlt noch Sepp. Oh, ja. Warte. Die haben natürlich auch ein Gamescom-Logo gebaut. Ah, hast du auch gemacht? Nee. Das ist falsch rum. Oh, chill. Da steht doch Peter Sucks. Oh nein, warum bin ich jetzt... Nein. Da habe ich auch gelesen. Da steht Peter Sucks. Warte, warte, Sepp muss erst drehen. Nee, nee. Nee. Ich habe auch Peter Sucks gelesen. Wieso ist da... Wieso geht das nicht zu mir? Komm schon, zeig, was dein Schild ist. Irgendwas ist ja... Ist egal, jetzt musst du aufmachen. Da. Peter Sucks. Mega nice. Zack. Blum. Blum. Warum steht denn da noch Peach? Alter, wir sind voll die Monster. Ja, wir sind voll die Monster. Warum ist das denn Peach-Sheet? Nein, das ist ein M. Nein, das ist ein M. Du bist so ein Analphabet. Das H hat den Balken in der Mitte. Das H wäre doch in der Mitte, genau. Peaches-Sheet. Oh, echt, ey. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, da fehlt der dritzende Balken. Ich finde immer noch ganz schön, er hat uns gut getroffen, ne? Also Jay und Bram haben nur ein Bein, alle haben keine Arme. Aber dafür habe ich Dortmund-Trikot an. Peaches-Sheet, genau. Nee, nee, du bist der Weiße. Du bist doch hier... Ja, seit wann bist du denn D? Was fängt denn bei dir mit D an? Du bist doch Dr. Jay, du hast doch deinen Doktor-Mantel an. Ach, Dr. Jay. Da habe ich gar nicht geguckt. Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Peter ist echt ein bisschen gruselig. Wobei ich sagen muss, Peter ist am besten getroffen. Ich finde aber echt krass, dass die Lichter angehen, das wusste ich gar nicht. Und die Münder so aufgehen. Ja, ich habe das alles noch ein bisschen fein getunt. Not bad. Ja, da kommt noch der gleiche Bullshit raus, den wir so labern. Fühle ich gut. Ja. Ah. 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 Was soll der Scheiß? Also. So, es geht wieder darum, den anderen aus der Arena zu befördern. Mit dem Sitz über der Begrenzung zieht ihr ein Leben ab. Davon hast du zwei. Hast du zwei verloren. Äh, bist du raus. Und wer raus ist, ist raus. Und, ähm, dort waren eigentlich schon die Regeln. Äh, Regeln sind erklärt. Dann würde ich sagen, äh, drei, zwei, eins. Los geht's. Bitches. Oh, scheiße. Da hat der Bram dich aber... Das war zu viel. Oh, Daniel. Ausgeschoben, ausgeschoben, ausgeschoben. Richtig Fail. Da hat, also, Jay hat richtig Power unterm Hintern. Da hat Dennis den kurz festgehalten, so nach dem Motto, ne, ne, du gehst nicht von alleine raus, sondern ich schieb dich raus. Oh, Gott, war das schlecht, Alter. Alter, Junge, da hast du da richtig... Da bist du halt mal geflitzt, ey. Im Stadion. Aber du bist ja richtig schnell. Ja, und Spaß. Ich bin nicht mal losgefahren, aber der Sonier. Ich muss mal in mein Auto neu spawnen. Scheiße. Die Frage, die eben noch im Raum stand, war, ob der Schweißtropfen nur durch Anwesenheit glänzt oder ob der noch was kann. Aber das... Bisher hat er überlebt. So, jetzt die Frage, was macht Dennis da? Ich stehe hier. Kommen wir zur Runde 2. Jonathan hat ein Leben verloren, alle anderen haben noch zwei. Dementsprechend geht's weiter. Ja, dann gib weniger was. Volles Mett rein. 3, 2, 1, okay. Los. Volles... Ja, er war aber nicht volles Mett. Oh, scheiße. Oh, der Schweiß ist hingefallen. So, jetzt... Oh Gott! ...oder in der Mitte gekehbelt. Der Schweiß versucht aufzustehen. Der Schweiß kann Sachen. Der Schweiß kann tatsächlich Sachen... Moment, was passiert hier? Moment, was passiert hier? ...und jetzt wird ein bisschen unruhkelt. Nein, 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 nein. Äh, Nachteilsposition für Jay und Sepp, die aber beide wieder... Nene, nene, nene. Oh, Bram! Oh, oh! Ne, du warst nicht mit dem Sitz draußen, glaube ich. Aber Peter ist jetzt draußen! 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 Wow, einen Applaus für Pete's Meat, bitte! Pete's Meat hat den Schweiß eliminiert. Das Ding ist ja auch ein Steuerband, was ich gebaut hab. Ich finde, wir sollten... Können wir nicht... Also, meinst du, das ist so ein böser Hinweis? Oder sollen wir nicht einfach auch mal so in den Beauty-Bereich gehen? Und so, vor der Gamescom gibt's so eine neue Palette, Deo von uns zu kaufen. Ja. Ja, aber genau, aber... Das soll kein böser Hinweis sein, sondern das ist halt ein Gebrauchsgegenstand, weißt du? Den brauchst du einfach. So, vor der Gamescom, so... Dann können wir so Sachen verteilen wie... Hey, hier, kostenlos Deo. Viel Spaß. Dann eher Deo-Rolle oder Deo? Ne, Deo. Deo-Rolle. Aber mit Aluminium. Na, nee. Ähm, ja. Also, der Schweiß verliert ein Leben. Das heißt... Ja. Ne, ne. Ja, so heißen wir das. Sicher wegen Einfach-Ausnummer-Transparenz verhindere. Ja, siehst du, sowas zum Beispiel. Gut, nächste Runde. Drei, zwei, eins. Guck mal, Bram ist richtig von der Stelle... Ah, da wird Sepp direkt attackiert. Dabei mit! Oh, scheiße. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Noch ist Sepp nicht draußen. Nein, nein, nein! Jetzt ist er raus. Der war raus. Ich kann nix tun, ey. Die schlagen auf den Rücken. Aber schnell, was macht ihr denn da? Also, definitiv mit dem Poolt hier drüber und mit dem Reifen am Boden. Ich kann nicht, ich kann nicht. Das heißt, äh... Aber jetzt wird hier, jetzt wird hier aber... Einfach volles Mett rein. Taktiert mit hier. Das ist voller Scheiße. Taktiert, Alter, immer rein. Ja, ich bin gespannt. Der letzte Verbleibende mit zwei Leben ist jetzt Dennis. Ach, so kann ich mich wieder aufstellen. Ah. Ich hör's schon, das ist... Letztes Mal ist es auch so ausgekommen, dass jeder auf ein Leben dezimiert wurde und dann erst, äh, rausgeflogen ist. Gut. Okay. Ihr kriegt das wieder, alle sind bereit. Wenn ich wieder weggemacht hab. Ja, wobei, Sepp, der schummelt da noch ein bisschen durch die Gegend. Alles cool? Was denn jetzt hier? Ja, jetzt ist cool. Nice. Dann nächste Runde. Oh, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Ja, ist gut. Mein Wagen hat sich verraten. Jetzt rede ich. Boah, das war mal ein Stopp für Frauentausch, Peter, ey. Hä? Oh, warte mal. Das ist noch mein... Das ist mein, äh, Zwischenspeicher. Was denn? Ich kenne meine Wohne gerade so ab. So, jetzt sind wir mal bereit. Drei, Drei, Zwo, Eins, bitteschön. Brammen! Man wollte nur, dass wir vergessen, dass er uns da nebenbei hat. Aber so, äh... Das ist okay. Oh, loll, Jay. What the... Oh, Jay ist auf Brammen drauf. Aber Sepp schiebt da auch noch mit. Und Sepp... Egal, der rausfliegt hier. Hauptsache einer. Ich bin noch nicht auf dem Boden. Ich war nicht auf dem Boden bei mir. Ich war nicht auf dem Boden bei mir. Ich war nicht auf dem Boden. Ich war auf Brammen drauf. Der war auf Brammen drauf. Und mit der Hinterseite war der am Fels. Fels haben wir gesagt. Sepp, 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 da war fliegt, Sepp. Hui, hui. Na, ich hänge halt auf Brammen fest, ne? Ja, aber bisher kann er... Also bisher ist da noch nicht viel passiert. Ich glaube, dass... Oh, Peter ist raus! Nein, Peter! Der Schweiß wurde eliminiert. What? Wie behindert man das mit dem Itaider auf mir rumtapen? Das war richtig knapp. Ab sofort sind wir Schweiß frei. Das ist traurig. Aber eigentlich ist es gut, den Schweiß zu eliminieren. Ja, Schweiß frei sind wir jetzt. Oder ist das eine Träne? Jetzt schon. Jetzt ist es eine Träne, genau. Dein Schweiß und meine Tränen. Nee, andersrum. Deine Tränen sind mein Schweiß. Nee, ist auch Quatsch. Okay, also. Wir haben jetzt schon Kämpfe um Platz zwei eventuell. Dennis hat immer noch zwei Leben. Sepp hat eins. Und Jay hat eins. Ich wollte aber schon in die Mitte des Kurses. Ja, greif schon mal an. Der hat Bronze. Peter ist leider mit der Schweiß raus. Keine Ahnung, warum der einfach von alleine fährt. Gucken wir mal. Drei, zwei, eins. Ich fühl mich gar nicht hier. Du 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 du. Boah, Alter. Nee, 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 nee. Boah, wie stark ist der denn? Da könnt ihr Bram nicht rausstoßen. Nee, da könnt ihr den nicht raus schieben. Boah, was passiert denn hier? Da wird der Jay mit Schwen. Da wird der Jay mit Schwen. Oh, Alter. Also, Jay hängt ein bisschen in Bram drin mit dem Reifen. Moment, jetzt ist er raus. Jetzt hängt der in Sepp drin. Du warst auch Bram drauf. Jetzt hängt der in Sepp drauf. Oh, Bram. Oh, Bram. Oh, Bram, Alter. Fast rausgeflogen, ey. Ihr dreht euch gerade die ganze Zeit im Kreis in der Mitte der Arena. Oh, Jay kommt jetzt ein bisschen nach außen. Da bin ich wieder. Oh, Jay ist raus! Jay ist raus. Jay ist raus. Jay ist raus. Heihejiei, laihejiei. ma icee, lass doch auch nicht von da ab. Tосch! Ja, stell die Buggy-Wagen hier. Nee, wir sind einfach ineinander verbaut. Naja, die Reifen sind halt super buggy. Ja, damit kommen wir zum heutigen Finale. Zwischen Pete's Meet auf der Gamescom-Bühne und dem Gamescom-Logo. Dem Gamescom-Logo verbanden allerdings noch zwei Leben. Sepp hat nur noch eins. Ich kann das verantworten. Warum bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, der schart schon mit den Hufen. Das ist nur schuckeln. Alles klar. Drei, zwei, eins. Bitte sehr. Okay, und los geht's. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh, 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 oh. Nee, nicht, ich bin hier. Jetzt ist die Frage, ob Sepp da nochmal runterkommt. Hey, wer machst du da? Bram hat zwei Leben, Sepp einen, ne? Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Könnte ein fucking perfect sein von Mr. Bram. Nixer, ihr Pete's Meet setzt sich zu weh. Da ist er raus. Da ist er raus und verliert sein erstes Leben. Oh, mein, mein. Ich hab gar keinen Kontakt mehr. Ich dreh mich nur mit. Okay, ich connecte kurz neu. Oh, shit, Alter. I'm connecting you. Boah, da hat er Saft gehabt. Also mein Auto hat echt viele Nachteile. Nachteil eins. Der Fahrer. Ich glaub, dass man das nicht lenken kann. Aber ich glaub, du kannst einfach nicht Auto fahren. Ich glaub, so ein Auto mit Stoßdämpfern wär echt gut. Eigentlich wär's ganz geil, wenn dieses ganze äußere Teil so aus Gummi bestehen würde. Dann kannst du einfach überall entgegenfahren. So, hier, Pete's Meet hat mal gezeigt, wo der Haken hängt. Okay, Sepp ist wieder da. Alles klar. Okay, Pete's Cheat ist dran. Pete's Cheat! Damit kommen wir zu einem 1 gegen 1, wo beide nur noch ein Leben haben. Das heißt, jetzt geht's um die Wurst. Wer wird diese Woche Mr. Games kommen und diese Folge gewinnen? Gucken wir mal in 3, 2, 1. Jetzt. Kann Sepp noch mal holen. Oh, ja, Spitze nicht vorne. Alter, bei mir, als ihr euch berührt habt, sind einfach beide Wagen bei mir die Spur. Oh, das ist 2 zu 1. Pete's Cheat! Da hat er's gemacht. Pete's Meet gewinnt die Gamescom. Wieso, wenn er das gemacht hat dann? Das ist im Endeffekt die Quintessenz, die wir diese Woche mitnehmen. Also Pete's Meet wird die Gamescom zerstört. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gratulation, Sepp. Ähm, 4. wurde heute der Schweiß von Peter. Ähm, 3. wurde Sexy Jonathan. Dennis konnte dann den 2. Platz noch bekommen, nachdem Sepp sich da im Finale durchgesetzt hat. Das war die Folge für diese Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Noch ein schönes Wochenende. Vielleicht seid ihr noch auf der Gamescom, also viel Spaß morgen beim Schwitzen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt, was bauen wir eigentlich. Und mal gucken, wer gewinnt. Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020